Hightech im Land Brandenburg. Dafür sorgt nun auch die Firma Phenopreg. Brandenburgs neuer Wirtschaftsminister Ralf Christoffers drückt am Mittwoch den Startknopf für Europas modernste Produktionsanlage für Kunststoff-Leichtbauteile. Phenopreg produziert hier in Beelitz ab sofort sogenannte Pre-Pregs. Dazu werden Glas- oder Carbonfasern in eine Form gelegt und mit Harz getränkt. In Ofenanlagen härtet der Harz aus und imprägniert so das Fasermaterial. Heraus kommen am Ende sehr leichte Kunststoffbauteile, die nicht nur in Sportbooten verarbeitet werden. Das geht in einen breiten Bereich, sowohl von Automobilanwendungen über Windkraftanlagen bis hin zu Flugzeugen, sogar Satelliten. Genutzt werden Pre-Pregs überall da, wo die Reduktion von Gewicht von großer Bedeutung ist. So besteht die neue Boeing 787 aus 50% Pre-Preg. Der Vorteil des Materials, es ist leichter als Aluminium und stabiler als Stahl und zudem auch umweltverträglich. Deshalb will die Firma Phenopreg diese Nische nutzen und hat im Belitzer Gewerbegebiet Süd eine Produktionshalle gebaut und zusätzlich 20 Mitarbeiter eingestellt. Die Firma schätzt am Standort nicht nur die Nähe zu Berlin und Potsdam. Ansonsten hat man hier sehr, sehr gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen einfach. Das fängt an beim Bürgermeister und geht weiter einfach zu den ganzen Ämtern. Vielleicht auch, weil es hier nicht so viel Industrie gibt. Dadurch sind wir noch was Besonderes und empfinden das auch so und merken das auch bei den Behörden. Auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Ralf Christoffers lobte die Entscheidung für Beelitz und warb in diesem Zusammenhang auch gleich für den Wirtschaftsstandort Brandenburg. Erstens, wir haben qualifizierte Beschäftigte, die hier in der Lage sind, mit hohem Engagement auch tätig zu sein. Und zweitens, wir haben natürlich eine Reihe von stabilen Rahmenbedingungen, die natürlich für Investitionsentscheidungen auch wichtig und notwendig sind. Notwendig ist seit Mittwoch auch ein Umdenken für alle Brandenburger, denn Beelitz steht ab sofort nicht mehr nur für Spargel, sondern auch für Hightech.